So nach dem Line Cut, wir sind wieder da. Ich weiß gar nicht ob ihr das am nächsten Tag seht, aber am gleichen Tag kommt auch an wie lange das insgesamt wird. Also bitte entschuldigt. Kai ist wieder da. Warte, woher mussten wir denn jetzt hin? Kevins, oben links. Ach, da Kevins. Wir sind immer noch am Ende von Akt 2. Richtig. Ich hab mir zwei neue Skills geholt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich den richtigen Weg hier gehe. Boah, ja, macht doch noch mehr Schaden hier mit eurem Chaos und Mist. Ein Glück hast du diesen tollen Skill dabei. Welchen denn? Den ich gut finde. Scorching Rate natürlich, Digga. Ja, ich hab tatsächlich Firestorm und... Hast Firestorm mit dir? Diese Crate. Ja. Und diese Crate hab ich auch schon gepusht. Oh, wo bist du denn jetzt? Ich hab dich gerade aus den Augen. Nach oben gelaufen. Ach, da war's. Mach Garten Gold in dem Platz. Ja, ich hab gerade mal so ein bisschen die Skills, die ich nie nutze und so, weißt du, da kannst du den Scheiß, ja. Ich hab hier jetzt Enduring Crate rein gemacht, der mein Melee höher macht. Und was ist? Ich benutze einen Gong. Ja, wow. Ja, wow. Ah, warum kann ich hier nicht scrofen, weil das deine auch. Oh, hier ist blockiert. Äh, ja, dann hab ich hier den Weg, glaub ich. Oder hier lang. Das ist immer so eine Sache hier. Oh, cool aus. Diese Crate hat auf jeden Fall guten Schaden. Ah, hier sieht's nicht gut aus. Glaub ich. Äh, ja, ich kenn die Wege, oder nicht? Ja, die erinnern sich ja so extrem immer. Also, hier ist eine Sackgasse. Wir müssen nur, dass du's weißt, eine Pyramide erklimmen. Ah, okay, also. Ja, gut. Und wir sind ganz unten jetzt, bei der Pyramide. Ah, okay, da geht's nicht weiter, Sackgasse. Mann, hier. Bleib doch überall hängen jetzt. Tu da doch schon anscheinend. Bisschen Chaos, Damage, ein bisschen Fire Damage. Alles in der Fall. Mal leise sterben, Kammer. Ja, ja, ohne jetzt. Äh, jetzt sei ja erst. Schön, Sackgasse. Weißt du, wenn ich mit dir nicht aufnehme, dann renne ich hier durch, zack, 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 alles gefunden. Jetzt nehme ich mir die auf, jetzt renne ich hier durch in die Sackgasse, die ich finde. Das ist auch was Schönes. Ja, was muttert mutbar. Hey, na immer, Julia. Ja, ich habe mir wirklich so mal die anderen Filter, also wenn ihr, ihr seht zum Beispiel, liebe Zuschauer, wenn Items so vorgehoben sind, das sieht dann so einen speziellen Filter, der erlaubt ist in dem Spiel, um das von wegzunehmen, das ist nicht wie wieder Diablo oder so, das ist hier vollends erlaubt. Äh, ich habe immer die anderen Filter, Filter durchgelesen, die sind halt dann so für, da werden dann Legendaries nur spezielle angezeigt, oder es gibt auch manche, da werden nur ganz gut wohl Legendaries, das ist der ultimative Strict Filter, und fra, schieß mich tot, ey. Wie viel Stoffwerk hat das Ding? Ich glaube, noch, mit dem hier noch zwei, vielleicht? Ein oder zwei noch. Aber nicht wichtig, weil, wenn ihr den Wegchen erfindest, dann... Ja, gut. Der Feier ist doch mal eine schöne... Der ist cool, ne? Der hat einen schönen, schönen... Gibt auch eine schöne Bild dazu. Ach, du weißt doch immer, ob meine Bild sehr, aber ich höre nicht um irgendwelchen Lappen. Nö, aber ich meine, kann man dazu machen, ey, generell, so ist es auch gemeint. Ja, gut, ich spiele jetzt auch Minions, aber mir fehlt halt eine, die eine Art Minions fehlt mir halt noch. Und, äh, ich bin halt noch nicht so weit. Ich brauche, glaube ich, noch vier oder fünf Skillpunkte, dass die dann explodieren, dann wird sie eh schon nicer. Ja. Und dann, ähm, der Schaden und so, der kommt eh recht spät, wenn du als Witch anfängst. Das ist, äh, fast schon traurig. Um auf Minions zu gehen, müsstest du schon als Sion anfangen. Da, der starrt fast perfekt dafür. Ja. Aber ich hab den als Sion nicht. Der kommt noch. Hier ist es wohl. Was sich bindet, wie, ich weiß auch nicht. Oh, ne Witz, Mann. So, Sackgasse? Natürlich. Ja. Hier ist bestimmt auch Sackgasse, ja, na klar. So, hier lange. Hier ist der weiter führende Gang. Dass du das so siehst, ey. Ich hab die ganze Zeit, ich hab die große Karte gebrochen. Das ist mir zu unwersichtlich gerade. Du kannst ja noch heller, also so, ähm, transparenter stellen, dann siehst du es nicht mehr so. Ne, darum geht's gar nicht, aber das ist gerade einfach, weiß ich nicht. Äh, auf der, auf der anderen Maps, als wir die Weipoints gesucht haben, hab ich tatsächlich auch das so gemacht. Aber so gerade, dafür ist das hier ein bisschen zu rusellig. Ich sitz doch von Diablo 1 und 2 gewöhnt. Ja, gut. Da bin ich nur so rumgelaufen. Wobei ich tatsächlich, glaube ich, mehr Zeit in Diablo 2 in dem Scheiß-Editor von den Waffen verbracht habe, als im Spiel selber. Da ist ein Breach. Ja, immer anders. Ja, wieder hoch. Erstmal finden den Weg, ja. So schon mal nicht anscheinend. Nö, aber das ist ja weiter führende Gang. Ja, wow, wie gewählst du den Breach? Gar nicht. Oder über den Gang, wer weiß. Egal. Nö, über den Gang. Ja. Aber hier, hier war der. Da ist der Breach. Aber da kommst du, bist du jetzt eher dran. Ja. Amos, cool. Nein, natürlich, beide für dich. Bam. Da müssen wir die gelassen. Das war einer. Ja, da waren zwei Stück. Ich konnte keinen Aufnehmen, aber einer. Ich habe nur gelassen. Okay, der war genau der Nied. Der war genau der Nied. Spind auf, ey. Auf der Fertiflung, zwei Stück. Wow, ey. Aber es geht hier so. Ein bisschen sehr. Das war auch nicht. Aber es war der Nied. Aber es war der Nied. Aber es war der Nied. das ist der nächste Weg Prozent Jahr im Aufnahmen schon alleine wegen den ganzen Scrolls die du mal brauchst lass mich eben Passivskill äh ja kleinen Moment ich muss das auch mal machen ach zwei Stück noch, dann bin ich erst mal dann ist von dir meine Minions Leute vielleicht seht ihr es nur wenn ich noch zwei Level Up so ach schaust tausend live schon tausend, weil ich so auch schon 600 das hier sieht doch gut aus na dann aktivier mal da kommt jetzt Wahl ich bin halt schon mal vor Wahl Oversowel haha more Minions Bitches übertreibst halt dafür ist gerade mal 10 da ist er jetzt sinds 20 ja der ruft halt auch noch Moch so nebenbei aber der sollte kein Problem sein aus dem Laser kann sich ein bisschen nachnehmen na ich weiß gar nicht, manGI das kennen wir was und vergiss die haben noch nicht so viel die haben wir so viel die haben wir so viel um vous zu ja ich denk' die haben zwar, eine Stance ist alles was am Anfang war und die andere Scheiße die er dann macht ist das mit dem Eis und so das geht normalerweise ein bisschen härter ab aber da der auf normal sehr lappig ist ja dabei ist ich glaube wir hätten Freunde sein können so willkommen in Akt 3 Akt 3 liebe Leute damit Akt 2 beendet das Video ist vorbei wie versprochen Akt 1 war vorbei Akt 2 vorbei wenn ich es nicht vergessen machen wir auch noch ein Video zu Akt 3 Akt 4 Akt 5 folgt vielleicht irgendwann wenn es draußen ist kann ich sagen Gute Nacht haut da rein liken zeilen spread the laugh spread the word bis dahin Börsingkohl Börsingkohl